Schau, ich hab's gemacht. Diesmal kann Matthias Schulz von außen mit Schwirken nach vorne stürmen. Dein der Matthias Barz. Und den Barsen. Die Abstände vergrößern sich. Warte, Herr Schulz. Natürlich, dass sobald er noch bestens kennt. Außer... Barsen runter. Hat er natürlich noch die Chance. Eine Runde. Auf. Laufsieg für Matthias Schulz. Und dann braucht er ganz gewiss ihre Unterstützung auf dem weiten Stadion. Und wenige Bahnen sind so lang wie diese hier im Paul-Reif-Zustadion.